Moin Dette, kamen wir hier am Start für euch heute wieder ein bisschen Black Ops hier mit der versprochenen Kordeklasse. Mama, schau mal, ich bin in den Kommentaren, ich muss so kurz abgucken, ist ein ziemlich langer Name für YouTube. Hatte nachgefragt, ob ich eine Kordeklasse machen kann, hier ist sie, Digga, geht immer klar. Fragt ruhig wirklich, wenn ihr irgendwas habt für mich, das mach ich denn auch. Also wenn ihr mal irgendwelche Fragen habt, ihr wisst Bescheid, dann versuche ich ein Video zu machen. Und ja, wie gesagt, schreibt es rein. Als nächstes noch für heute, vielleicht wissen die ein oder anderen es schon, ich habe Geburtstag. Also ich habe am 6.4. heute Geburtstag. Und zwar würde ich mich darüber freuen, wirklich sprengt den Daumen nach oben einfach mal, damit ich sehe, okay, gut, läuft und so. Ne, sprengt den einfach mal wirklich richtig nice, wäre es auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zur Klasse. Wir haben den Griff, wir haben langer Lauf, wir haben den Munitionskord am Stizzle, weil ihr habt einfach unendlich Munition. Die Munition geht nie leer. Ich habe übrigens dasselbe Setup, spiele ich für den Barbones-Modus auch. Da mache ich einfach nur Magazinerweiterung drauf. Ihr könnt damit übel rasieren, das ist wirklich krank, wie die Leute da wegfliegen. Ihr habt es ja gesehen im letzten Video, da ich es so hochgespielt, ihr habt, ich finde es wirklich eigentlich richtig geil. Die Kordet mittlerweile schon. Kommt nicht an alle Waffen ran, ist klar, aber sie hat auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Wir haben die Stille-Lektion, Plünderer am Start und Taktikmaske. Und natürlich die Wildcars, ist ja klar, das können wir den Agenten-Mod nicht auswählen. Ich würde sagen, wir rufen ins Game, wie immer. Ich habe übel Bock und vergesst nicht, sprengt den Daumen nach oben. Danke nochmal voraus. Haut rein, bis gleich in Game. Alter Digger, fünf Leben hast du noch, wenn dich einer schlägt im Nahrkampf. Hier ist bestimmt wieder jeder drinnen. Ja, da war auf jeden Fall jeder dritte. Scheiße. Ja, da war ja. Ja, da war ja. Ja, da war ja. Die sind so kacke, ey, ey, Leute, die lernen es einfach nicht aus ihrer Kämpfer-Scheiße dahinten. Machen wir mal eine Lieblingsbeschäftigung, hier mal eine Dings drin. Und da war ein Willowell drin. Da war ein Willowell, alle drin. Willowell, das ist ja der Wahnsinn, was geht hier ab? Diese Camper-Idioten, Alter, ohne Witz, das ist einfach nur noch Idioten. Ja, es sind wieder alle drin. Camper-Idioten hoch 10. Die stehen da alle drinnen, ne? Was wird die los, Alter? Hast du auch jeden draus? Ich hab doch schon Heli. Also, es ist halt für Kämpfer-Scheiße. So ist es halt, ne Kämpfer. So ist es halt. Ich hab eben eben gerade oben im Arsch die Schossen auf einen Panzer und der konnte sich die zu schnell rumnehmen. Danach hab ich ihn einfach tot gemacht. Das war richtig assi. Oh, wie geil. Ah, war doch immer wohl auch Spaß, nur wie ein Kämpfer zu spielen. Ach, jetzt haben unsere Mails sich jetzt hier drin verstanden, damit sie nicht mehr drin kommen können. Oh, wie geil, Alter. Wie geil. Von oben kommen sie immer noch? Ja, ja, hier oben. Boah, die Eile sind halt so ohne, Alter. Ja! Ihr haftet! Es ist bescheuert, ja, dass ich downwind. Ich hab ihn. Camper müssen bestraft werden. Jetzt gehen sie alle raus. Muss, weil sie mit ihren Camp-Dreck bei uns nichts anfangen können. Weil sie es einfach nicht schaffen. Deswegen gehen sie raus. Ganz ehrlich, wer zu doof ist zum Campen, ja. Na, sag ich dazu nicht mehr. Das ist einfach zu doof zum Campen. Ja, bei dir kommt Ena. Der Kämpfer hat auch schon wieder drin, dass Ena mit Schild. Jetzt hab ich ihn gelockt, erst geschossen und dann die Granate und ihr holt beide Camper. So muss es sein. Das war nochmal eine schöne Runde. Und der Nächste hat das Spiel verlassen. Wille aus dem Gegnerischen Team. Oh, diese Puscher. Ey, guckt mal an, wie viele Leute hier drin sind. Ey, ohne Witz, oder? Oh, guck mal, das hat nichts gebracht. Wir haben 100 zu 35 gewonnen. Und die haben, ey, die haben mit allem Mitteln, was das Spiel zur Verfügung steht. Haben die da drin geschimmelt und haben keine Chance. Ey, da hätten die vielleicht eine bessere Chance gehabt, wenn die draußen rumgelaufen wären. Ganz ehrlich. Oh, der Erste wollte gleich hoch. Und wir haben ihn gleich weggezündet. Oh, den hatten wir fast verloren, Alter. Und ich will die Erzeit immer nachladen, aber das geht ja nicht. Tja, wir haben ja jetzt so lange gewartet, bis wir Meta ist. Oh, hätten wir den abbekommen. Eng war's, eng war's. Wir hatten einfach kein Lave. Damit hat er nicht so geschnitten. Ne, er steht hier noch drin. Und wir hauen uns selber gegenseitig um. Da weißt du, Schwiele, was hier für eine kranke Leitung haben muss. Hast du so gedacht, ne, mit deiner Scheiße? Ja, Eli. So ist es. Den hier oben hast du vergessen, Eli. Kommt der von hinten. Der Carrymaster sportt hinter mir und kann rindballern mit seiner Scheiß-Titan. Die gehen hier raus wegen Helikopper. Und du kannst nichts, weil du hast ne Titan. Muss man erst mal wieder sauer werden, damit man hier schon wieder gut spielt. Ey, die Titan-Spieler echt ohne Witz. Die lernt's immer noch nicht. Das Ding wurde 50 Mal runtergepatcht. Und die zocken immer noch mit dem Teil. Dreh, auszuschalten, nackig gemacht. Macht einfach die Augen zu, das ist kein Spezialistenabschluss. Ja, da trifft's aber auf jeden Fall den richtigen. Guck mal, ich hab da schön zugeguckt. Ich hab da extra zugeguckt, dass die Mumpeung ja den erwischt darf. Guck mal, ich hab da extra zugeguckt.